Musik Also heute rauchen viel weniger Jugendliche als noch vor zehn Jahren. Und das freut mich natürlich, weil Rauchen macht ganz schnell abhängig. Und Rauchen ist auch überhaupt nicht gut für die Gesundheit. Jetzt mal wirklich unter uns privat. Du als Luna, hast du es schon mal probiert? Ne, ich will es auch nie probieren. Weil ich finde es auch, ehrlich gesagt, ein bisschen rücksichtlos für die anderen Leute, die zum Beispiel da, ja, also ich finde es stinkt. Und wenn man hinter einem steht zum Beispiel, dann kriegt man den ganzen Rauch ins Gesicht. Und außerdem schädigt das ja den Körper. Ja, man wird abhängig davon, kriegt vielleicht auch Krebs und vielleicht kann man gleich durchsterben. Und ich finde, man sieht ja auch immer auf den Verpackungen, wie schlecht das sein kann für allen und deswegen wollte ich es auch nie probieren. Super, das finden wir die richtige Einstellung. Lichtrauchen ist cool, ne? Luna? Drei Drei Vielen Dank.